Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit Behind the Scenes der neuen Maximum X Catrice in Colors Kollektion. Wir hatten das Ganze ja vor zwei Jahren schon mal gemacht und das hat euch sehr, sehr gut gefallen, dass ich euch einfach so ein bisschen die Hintergründe zeige. Ich habe natürlich den gesamten Prozess per iPhone Kamera begleitet, um euch so ein bisschen mitzunehmen auf der Reise und auf der Entstehung. Wie ist diese Palette, wie ist diese Kollektion überhaupt entstanden? Und ich freue mich darauf, euch das endlich zeigen zu dürfen. Wenn man anderthalb Jahre, ein Jahr an einer Palette sitzt und wirklich Tag für Tag damit zu tun hat und es dann endlich da ist, ist natürlich die Freude. Ich weiß nicht, es ist noch mal was ganz Besonderes. Zuallererst vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin so, so happy, dass euch die Palette so gut gefällt und ihr so liebe Worte dafür gefunden habt. Das ist natürlich immer sehr aufreitend, wenn man sitzt da und entwickelt dieses Baby und dann ist es da und dann hat man, gefällt es euch, gefällt es euch nicht, ich weiß es nicht. Und wenn dann der Tag offiziell da ist, dann ist es natürlich umso schöner, wenn man von euch tolles Feedback bekommt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ganz kurz noch mal, die Kollektion ist überall erhältlich. Also ich glaube, alle Drogeriemärkte, die es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gibt. Es gibt sie natürlich aber auch online. Schaut da gerne einmal unten in die Infobox vorbei. Dort packe ich euch alle Retailer mit rein und ihr könnt dann schauen, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, welcher Online-Shop beispielsweise in welches Land liefert. Also es sollte kein Problem sein, die Paletten oder die Kollektion zu bekommen. Aber ich würde vorschlagen, wir starten vor über einem Jahr im August. Und als ich im August die E-Mail bekommen habe, wie sieht es aus, Maxim, hast du Lust, noch mal eine zweite Runde zu machen, war für mich tatsächlich sofort klar, dass wir das noch mal machen wollen. Denn, ihr wisst es, ich habe ja die erste Palette 2020 gehabt und hatte danach direkt für mich, das ist ein bisschen verrückt, ich sitze gerne zu Hause und bastel so ein bisschen an Farben und mische mir Farben und überlege mir, so wie jemand, der gerne malt, bastel ich gerne Lidschattenpaletten zusammen am Computer mit digitalen Farben. Und das hatte ich natürlich schon vorbereitet, falls irgendwann mal vielleicht die Frage kommt, ob ich noch mal eine Lidschattenpalette machen wollte. Und demnach konnte ich natürlich sofort sagen, ja, hier ist mein Moodboard, bitte, viel Spaß damit. Und ich hatte auch direkt ein Konzept für die Palette, weil ich einfach genau wusste, okay, was wollte ich in der ersten Palette, was ich damals aber vielleicht einfach noch nicht so gesehen habe. Und wenn ich die Chance habe, noch mal eine neue Lidschattenpalette zu machen, damals war noch nicht die Sprache von einer kompletten Kollektion, dann will ich verschiedene Dinge mit drin haben. Und ich hatte dann ganz, ganz viele verschiedene digitale Farben zusammengestellt, die mir persönlich gefallen haben. Ich wusste 18 Farben ungefähr und ich konnte online digital keine Schimmerfarben produzieren und habe einfach wirklich nur matte Farben als Moodboard gehabt. Und ich gucke mal, ob ich das noch finde. Ich habe auch ein Moodboard gemacht, was ich mit dieser Palette oder was die Lidschattenpalette am Ende werden soll. Und was ich, glaube ich, ganz spannend für euch finde, ist die Entstehung des Designs. Ihr kennt ja tatsächlich noch meine erste Palette. Ganz wichtig, wir sind hier letztes Jahr, im Hochsommer letzten Jahres. Und da war auch schon die Palette auf meinem Handy. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach die Farbe der Palette verändert. Und das Erste, was rauskam, war dieses Grün. Also das war dieselbe Palette in diesem Grünton. Und ich habe dann noch so ein paar verschiedene Töne rausgesucht. Hier war es dann so ein bisschen bläulicher, dann war es wesentlich dunkler. Und dann habe ich mir überlegt, okay, möchte ich noch mal dieses Design? Und habe mich dafür eigentlich entschieden, weil ich dachte, okay, die Lashes haben dazu gepasst von mir. Das sollte alles irgendwie harmonisch sein. Ich glaube, das wisst ihr von mir mittlerweile, dass ich probiere, dass alles ästhetisch sehr, sehr gut zusammenpasst. Und ich war, okay, super. Das Design der Palette steht für mich, außen zumindest. Und dann haben wir aber, als ich danach, ich bin ein paar Wochen später auch direkt zu Catrice gefahren. Und wir haben dann auch noch mal darüber gesprochen, was wir uns ungefähr vorstellen könnten. Und dann haben wir überlegt, okay, wollen wir ein paar zwei der Palette machen? Oder wollen wir die Palette ein bisschen anders machen, dass ich in dieser Palette bin? Und da kam auch sofort der Vorschlag mit dem Fingerabdruck. Ja, lustige Geschichte. Was meint ihr, wie lange ich gebraucht habe, diesen Fingerabdruck hinzukriegen? Also ich habe mir ein Stempelkissen besorgt und habe dann bestimmt drei Stunden lang probiert, den perfekten Fingerabdruck hinzukriegen, den ich dann per Post zu Catrice geschickt habe. Und bei Catrice ist es so, es gibt eine richtig große, sehr imposante Rezeption. Und dort werden die Briefe geöffnet, damit geguckt werden kann, wer kriegt das. Und dort stand dann der Name der Person, für die das war. Und die hat dann einen Anruf bekommen, so, hey, ich weiß nicht, was du machst, aber ich hoffe, es ist richtig, was du machst. Weil dann natürlich 100 oder 50 Seiten Fingerabdrücke waren von mir. Und das wusste die Person an der Rezeption natürlich nicht. Und dann wurde das Ganze digital nachbearbeitet, dass man das natürlich auch skalieren kann und dass es auf so einer Palette vernünftig aussieht. Und dann stand eigentlich schon fest, okay, das funktioniert auch nicht mit diesem Exoten-Design, sondern wir müssen es ein bisschen simpler machen. Und ich wollte auch den Kasten nicht so präsent wieder in der Mitte haben. Und wir haben dann ganz, ganz viele verschiedene Vorschläge für die Farbe der Palette gehabt. Aber mir war schon klar, das seht ihr auch an den Farben, dass die Palette so einen Grüntouch haben sollte. Ihr wisst es, ich liebe Grün und Grün ist meine Augenfarbe. Ich habe so viele Sachen in Grün und das ist einfach eine sehr, sehr schöne und emotionale Farbe auch für mich. Und somit stand auch recht früh schon das Design der Palette. Und was aber noch nicht final war, war tatsächlich die Farbauswahl. Weil es ist natürlich ein bisschen schwierig zu schauen, welche Farben sehen wie aus. Und wir haben wirklich Stunden vor Ort. Ich war dort im September, glaube ich, letztes Jahr. Und wir haben stundenlang Farben geswatcht und auf Papier und haben Moodboards angeschaut. Ihr seht das auch alles. Es gibt ein ganz, ganz tolles Video von Catrice, was wir auch dort produziert haben, wo man so ein bisschen behind the scenes nochmal mitgenommen wird. Wie die Farben entstehen, dann mischst du verschiedene Samples zusammen. Und dann guckst du, funktioniert das? Ach nee, mir ist der Goldunterton hier ein bisschen zu viel, hier ist er mir ein bisschen zu wenig. Und dann ist erst mal lange, lange Pause. Ungefähr drei, vier Monate, bis das Labor die Ideen, die wir hatten, in die Kollektion, also in fertige Samples bringen konnten. Und dann habe ich so ganz, ganz kleine Sachets bekommen zu Hause und hatte schon mal die Möglichkeit zu swatchen und zu testen und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Schau mal, hier sind die ganzen Samples. Und ich habe hier meine alte Palette, beziehungsweise die erste Palette. Und ich vergleiche gerade, ob die Farben nicht vielleicht doch zu ähnlich sind. Aber tatsächlich sind die alle komplett anders. Das war sehr, sehr spät. Also es hat diesmal sehr, sehr lange gedauert, weil natürlich immer noch Corona war und die Labore nicht so gearbeitet haben, wie sie üblicherweise gearbeitet haben. Und dann ging es darum, wie können wir die Kollektion ausbauen. Und dann war mir recht schnell klar oder uns eigentlich recht schnell klar, dass wir diese komplette einheitliche Kollektion haben sollen, die die Palette ergänzen, die aber auch sehr, sehr gut einzeln entstehen oder zu tragen sind. Und somit entstand die Facepalette im selben Design und auch wieder als Anlehnung zur ersten Palette in diesem Beige-Ton. Ich glaube, ihr seht es, wenn ihr die Kollektion zusammenhält, man erkennt schon, dass das irgendwie zusammengehört. Und das war uns total wichtig, weil wir einfach auch diese Reise gemeinsam hatten. Das war für Catrice zu diesem Zeitpunkt die erste Co-Creation, dass sie mit einem Creator zusammengearbeitet haben. Zwischendurch kam dann auch noch Jenny und da hatten sie schon ein bisschen mehr Erfahrung. Aber dieses Mal sollte es stationär werden. Und ihr wisst nicht, was das heißt, oder ihr könnt euch nicht vorstellen, was das heißt, ein Produkt in die Filialen zu bringen. Du brauchst so viel Vorlaufzeit. Wir mussten, ich glaube, im Januar musste alles fertig sein. Also wir hatten ein halbes Jahr, um alles final fertig zu machen, was die Produkte anging. Weil natürlich die Stückzahl, die für stationären Handel und Online-Handel gemacht werden, wesentlich höher ist, als wenn sie nur Online-Exclusive ist. Und somit haben wir wirklich echten Zeitdruck gehabt und haben Ewigkeiten gebraucht, die Farben auszusuchen und dann die Verpackung. Parallel hat jemand an der Verpackung gearbeitet. Ich habe neue Konzepte erarbeitet für die Kampagne, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so ging das letzte halbe Jahr extrem schnell rum. Und dann war Januar und dann stand alles fertig. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, wir haben immer noch neun Monate Zeit. Das ist noch ewig hin. Aber dieser Aufsteller, Freunde, der Pappaufsteller, den ihr in jeder Drogerie gefunden habt, dieses Hotspot-Display, das braucht ungefähr vier Monate, um produziert zu werden. In der Menge und in der Konzeption. Es muss natürlich geschaut werden, wie groß müssen die Löcher sein, wie viel Platz muss sein, wie kann man die Swats anbringen. Das ist alles super komplex. Will ich euch gar nicht mit langweilen. Ich hoffe, es interessiert euch überhaupt, dass ich euch so ein bisschen erzähle, wie es ist. Aber wir brauchten natürlich die Fotos. Also ging es für mich nach Frankfurt zu Catrice. Und da habe ich so ein bisschen für euch mitgevloggt, den gesamten Weg. Tatsächlich habe ich, glaube ich, vier Stunden geschlafen oder so. Ich war ja gestern noch auf dem Event, habe die ganzen Sendungen moderiert und bin fix und fertig. Ich habe einen Kaffee getrunken. Aber jetzt, Freunde, muss ich mich ein bisschen beeilen. Der Flughafen ist ja hier komplett neu und ich habe noch nie einen Koffer hier abgegeben. Und ihr seht das, ich habe sehr, sehr viel dabei. Das Ganze ging super einfach. Ich habe den Koffer selber abgegeben, ging alles durch. Security-Check hat wie immer hier ewig lange gedauert. Und jetzt freue ich erst mal einen Koffer. Ein paar Stunden später, wir hatten eine Mega-Verspätung, aber gar nicht so schlimm. Ich brauche jetzt hier als wahrscheinlich der Einzige auf meinen Koffer. Der ist wirklich auf den letzten Gramm oder auf das letzte Gramm perfekt gepackt gewesen. Drücken die Daumen, es ist mittlerweile schon fast zwölf. Eigentlich wollten wir um elf schon am Set sein. Es war total chaotisch. Der Koffer kam zu spät an. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich vom Flughafen bei Catrice war. Und alle waren schon bereit, weil wir zwei Tage nur Zeit hatten, alles zu schaffen. Und den ersten Tag mit Ankunft wollten wir schon so machen, dass wir viel vor Ort drehen können. Diese ganzen Behind-the-Scenes-Szenen und alles, was nicht elementar wichtig für den Aufsteller ist. Und am nächsten Tag ging es nun zum Aufsteller und das war wild. Guten Morgen zu Tag 2. Ich bin tatsächlich hier schon wieder bei Catrice und habe auch schon so ein bisschen angefangen, mich zu schminken. Schaut mal, hier wird alles gerade schon aufgebaut. Da kommen schon die Kameramänner. Ich lasse die Maschine rein. Morgen. Und hier kann ich mich heute dann einmal fertig machen. Ich habe schon alles aufgebaut. Und jetzt geht's los. Freunde, Look Nummer 1 ist drauf. Wir sind ganz, ganz simpel gegangen. Und das Outfit, ich liebe so ein bisschen Dekolleté. Aber ich bin mir jetzt aufgeregt. Los geht's. Wir sind mittlerweile so schnell durchgekommen, dass wir tatsächlich auch schon beim dritten und letzten Look mit der Palette sind. Ich zeige euch jetzt einmal kurz das Set. Ja, dann, wir sind extrem schnell durchgekommen. Also ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr gutes Team und wissen mittlerweile, wie wir miteinander arbeiten können. Und alle sind super professionell. Es war jemand da, der sich um die Outfits gekümmert hat. Es waren meine Bezugspersonen von Catrice mit dabei, die alles im Hintergrund geplant haben. Also auch da nochmal ein dickes, fettes Danke an die drei Mädels, die das so... Also das ist... Mir ist wichtig, dass ich auch euch das nochmal sage. Das ist ja nicht nur meine Palette, sondern es gibt Leute bei Catrice, die wirklich das letzte Dreivierteljahr fast ausschließlich in dieser Kollektion gearbeitet haben. Und das ist natürlich auch unsere Palette und da bin ich sehr, sehr stolz, dass wir sowas Tolles zusammen machen konnten. Wir haben verschiedene Looks gemacht. Ich habe euch hier auch schon mal ein paar Bilder mit eingeblendet in den letzten Tagen. Die Kampagne, wie der Aufsteller aussehen soll, der muss natürlich von jeder Seite bedruckt werden und der muss perfekt aussehen, damit er Leute auch anspricht, die mich gar nicht kennen. Weil ich weiß, ihr seid meine Freunde, wir lieben uns, wir vertrauen auf uns. Aber das sehen natürlich viele, 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 viele tausend, wenn nicht sogar Millionen Leute, diese Kampagne. Und das hat mich schon so ein bisschen aufgeregt gemacht. Also ich würde sagen, dass ich schon recht vertraut bin mit Shootings und mit Kampagnen drehen und mit vor der Kamera sein. Aber wenn du weißt, wie wichtig das ist, das unterschätzt man oft, dann ist der Druck natürlich ein bisschen höher. Aber wir haben es sehr, sehr gut hingekommen und wir waren so schnell fertig. Jedes Bild hat funktioniert. Es hat uns allen gefallen. Das muss natürlich auch vielen Leuten gefallen. Das muss ja nicht nur mir gefallen, sondern es muss auch der Grafik gefallen, dass man das bearbeiten kann. Es muss dem Fotografen gefallen, der ja natürlich da auch seine Kunst drin hatte. Und das ist sehr, sehr flüssig alles gegangen. Und ich bin mit einem richtig, richtig guten Gefühl zurück nach Berlin geflogen. Und dann verging sehr, sehr viel Zeit. Wir reden von, ich glaube, April war es, bis vorgestern. Und das ist für mich, glaube ich, immer die schlimmste Zeit, weil man dann wartet, bis es endlich soweit ist. Und das ist, du wartest darauf, bis es endlich soweit ist und du setzt dich so viel damit zusammen. Und ich habe ja die Palette schon benutzt. Ich hatte ein Sample hier, mit dem ich gearbeitet habe, um zu spielen, um zu schauen, welche Looks kann ich dann machen, wenn es soweit ist. Und als ich dann das erste Mal die finale Palette bekommen habe, da war ich dann total glücklich. Und dann, ja, ging es für mich dann an, weil dann mein Teil nochmal anstand, die Kampagne für meinen Content zu machen und zu schauen, was möchte ich. Und wie erzähle ich euch das Ganze? Und wir sind da wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team. Und wir haben da wirklich eine sehr, sehr schöne Kollektion gemacht, auf die ich sehr, 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 sehr stolz bin. Und ich glaube, wir auch, weil das, also, wenn wir uns überlegen, wo wir vor drei Jahren waren mit meinem Kanal oder vor vier Jahren. Das ist, das war nie vorstellbar für mich. Und ich habe immer gesehen, wie meine, ja, mittlerweile eher Kolleginnen und Kollegen ihre Produkte in den Drogerien hatten und ich dann da hingerannt bin, um die Sachen zu kriegen. Und ich habe ja wirklich für diese, für diesen Traum, den ich ja jetzt leben kann, wirklich sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal immer so ein bisschen. Und ich glaube, man, oder ich weiß das auch immer, zu wenig wertzuschätzen, wie viel Arbeit ich da in den letzten Jahren reingesteckt habe, aber auch, wie viel Liebe da drin ist. Und ich glaube, oder mir war es wichtig zu schauen, dass das in dieser Palette rüberkommt. Das seht ihr, glaube ich, auch an den Namen. Und ich habe probiert so meine Reise mit Social Media und mit euch vor allen Dingen. Deswegen auch wieder die Farbe Community, dass sich das so ein bisschen durchzieht und dass das ein Produkt für uns alle ist, was wir jeden Tag benutzen. Wir haben es geschafft. Wir haben ein neues Schätzchen geboren und ich bin sehr, 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 sehr happy, dass es euch so gefällt. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel Content für euch. Am Freitag geht nochmal in eine Palette, drei Looks Video online, dass ihr auch nochmal für euch Inspiration habt. Und kommt bitte Samstag auf Instagram, denn ich lade einige von euch nach Berlin ein mit Catrice. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich liebe euch. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich und sehr, 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 sehr dankbar. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ich hier abends mit Danny auf unserem Sessel sitze und denke, das ist verrückt. Es ist verrückt, jetzt ist es da. Freunde, habt ganz, ganz viel Spaß mit euren Paletten und euren Produkten. Vertaggt uns bitte. Ich bin so gespannt, eure Looks zu sehen und will sie alle irgendwie reposten und sammeln. Und vielleicht reagieren wir auch da nochmal drauf. Freunde, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.